Das Projekt Neutau-Gasse in Graz passt perfekt in die Strategie des Landes Steiermark, nämlich den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Es ist ein Weinstein für die Stadt und da kann man sagen, das ist eigentlich ein Festtag heute für den öffentlichen Verkehr in der Steiermark. Ich freue mich heute riesig. Heute ist einmal der erste Abschnitt von der Entlastungsstrecke in Neutau-Viertler offiziell eröffnet. Die neue Neutau-Gasse ist sowas wie die Lebensader für das gesamte Neutau-Viertel. Wir haben einen neuen Raum geschaffen und der wertet die Grazer Innenstadt massiv auf. Ein tolles Projekt zur Entlastung, aber auch zur Stärkung des öffentlichen Verkehrs. Es wird ein Strang, der durch die Herrengasse geht, jetzt aufgeteilt auf die Neutau-Gasse und Herrengasse und ich glaube, das ist die Zukunft des öffentlichen Verkehrs. Man kann Sie da noch herzlich bedanken bei Ollen.